So, ich bin jetzt hier erst von Opelien-Köpenick. Mal gucken, wie sie hier strahlen. Ja, ordentlich, ne? So ein Fahrrad ist echt schon ein wichtiger Fänger, was ja einer dort irgendwie strahlen könnte. Alle Grenzheads sind 50. Schön, wie man hier mit dem ganzen Körper überall dran ist. Ja, weil so was wie eine Atomkatastrophe oder danach sind Fahrräder absolut unbrauchbar. So, das geht. Das ist noch Plastik. Plastik-Felge. So, das geht. Aber mit einem Teil, mit einer Teilfelge, geht gar nicht. So. So, das geht. Okay, da war es mal an. Krass, man sieht das sogar bei dem Alter der Fahrräder, die sieht da an. Alt schreibt mehr als neu, selbst ohne Plastikselben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017